einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zum heutigen webinar futures handeln mit dem steel trader mit heiko behrend ich freue mich sehr dass sie heute wieder live dabei sind und ja ich freue mich natürlich auch dass heiko wieder heute dabei ist und für uns die zeit gefunden hat und will auch gar nicht so lange mit dem intro hier die zeit verschwenden denn sie sind ja für was anderes da nichtsdestotrotz müssen wir kurz den risiko hinweis besprechen wenn wir immer die dieses webinar nur zur schulung und informationszwecken unabhängig vom inhalt heute auch wenn der heiko vielleicht den einen oder anderen trade macht müssen sie ihre eigene entscheidung treffen und dürfen diese veranstaltung bitte nicht als handelsempfehlung oder anlageberatung verstehen das ist ganz wichtig ja und ja wie angekündigt auch im newsletter letzte woche gibt es vielleicht die eine oder andere überraschung heute aber das soll der heiko dann selber sagen deswegen übertrage ich sehr gerne die den bildschirm und wünsche natürlich viel erfolg aber auch viel spaß danke 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 so ihr bildschirm übertragen scheint schon der richtige zu sein ja ja dann auch noch mal von meiner stelle herzlich willkommen allen traderinnen und trader da draußen am bildschirm gesagt heute zack ja vorbei letzte webinar in diesem jahr aber ich habe mit dem nelson schon für das nächste jahr durchgeplant und ja wie wie es oftmals doch zu weihnachten ist gibt es ja immer das ein oder andere bonbon oder leckerli von daher schon mal mache ich ein bisschen kleinen ausbildungsanteil mitgebracht und vielleicht gelingt mir auch so wie in dem einen oder anderen dieser webinare schon dass man hat den ausbildungsanteil eventuell direkt hier live anwenden kann und ja und das halt im future genau wenn ihr fragen habt ich habe hier den chat mit offen das heißt ihr könnt ihr durchaus gerne reinschreiben und dann da auch gerne denke ich auch auf die fragen eingeplant ja so eine stunde anderthalb stunde jetzt oder anderthalb viel mehr oder vielleicht sogar auch zwei mal sehen wie es was die märkte somit uns vorhaben und ja was da so passiert gut gehen wir mal kurz rein hier in die präsentation was mehr oder um auf die lösung zu kommen muss man erst mit das problem beziffern und eines der typischen probleme was doch relativ viele trader haben im skyping ist es und das sage ich jetzt nicht einfach so sondern auch ich habe den wertegang durchlebt und ja auch fast wöchentlich bekomme ich auch mails dazu dass einfach leute halt zu mir kommen sagen sie haben ein setup das funktioniert nicht mehr was kann man dagegen tun und warum funktioniert das nicht und vor zwei wochen auch wieder hatte ich jemanden der gemeint hat mensch heiko du hast ja hier so ein box setup kann man das nicht programmieren wann kommt da kommt da was raus oder wie sind die genauen regeln dann programmiere ich mir das selber und auch da ist es dann halt so dass ich sage du kannst das alles programmieren aber wenn du alle diese setups handelt wird es auf dauer nichts mit erfolg werden denn skype trading heißt kurzfristiges trading und da funktioniert das nicht ganz so wie wenn man nur mit ein oder zwei setups handeln wenn es im hintergrund immer mal piept das ist nur ein alarm der es immer zehn sekunden bevor eine kerze fertig ist also bitte da nicht stören lassen davon das heißt also viele machen halt folgendes so habe auch ich angefangen man liest ein buch man schaut sich ein youtube video an oder was auch immer und dort wird ein gezeigt das ist das regelwerk das kannst du anwenden und dann werden da die ganzen gewinn trades gezeigt wo das setup und wie das funktioniert und alles ganz toll und mit ganz kleinen stops und monster gewinne und so weiter und dann nimmt man das setup und wende das selber in der realität halt an und stellen fest dass es vielleicht gar nicht so gut funktioniert und vor allem im kurzfristigen trading ist es schon so dass man mit einem setup so wie ich auch mal angefangen habe schon auch schwierigkeiten hat nämlich vor allem wenn sich die marktstruktur ändert und das immer genau bei dem punkt um den es nämlich geht wenn man das hier vergleicht mit diesem bild dann ist das wie wenn wir ein setup haben also einen kreuzschlitz schraubendreher und haben aber nutzen einfach nur den und wissen noch gar nicht welche marktstruktur also welche schraube gerade in der wand ist wie sieht die aus und und dann wird halt meistens das ganze dann angewendet auf die auf dem markt die marktstrukturen sagen wir aus das hier ist eine trendstruktur so und das hier ist eine range so und dann wird halt dieses eine setup wird dann halt auf die unterschiedlichen märkte halt angewandt oder die unterschiedlichen strukturen weil das setup da drin auch technisch vorkommt ja also was auch immer das regelwerk von diesem setup ist und oft kommt das regelwerk auch innerhalb einer struktur vor die gar nicht dafür geeignet ist und dann wird das gehandelt und dann bekommt man halt relativ oft halten ausdauer und das und das gilt ja vor allem auch im kurzfristigen trading halt zu vermeiden für die ich ja also skype trading lebt ja vor allem habe ich auch am anfang einer dieser webinare hier auch mal erklärt natürlich von der trefferquote also heißt in der mehrzeit der fälle richtig zu entscheiden im besten falle in 60 prozent der fälle richtig zu entscheiden das ist das ziel vom skype trading von daher hat die frage ob man es nicht andersrum macht und erst nach sehr vielen jahren ist es hat mir bei mir gedämmert dass das vielleicht andersrum ganz besser wäre nämlich dass man halt hergeht und sagt vielleicht wäre es doch viel besser ein ein kasten voller setup zu haben und über die zeit also über viele jahre hat sich das erst bei mir ergeben bei mir hat es angefangen als allererstes nach candle formation zu handeln hammer kerzen shooting stars irgendwelche bullisch sperrisch haramis also ich konnte die mal eine zeit lang wirklich alle alles auswendig an formationen was es da gibt aber festgestellt dass viele formationen auch nicht funktionieren vor allem wenn so eine hammer kerze hat versagt und dann habe ich halt gemerkt okay am ende gibt es halt hammer kerzen die erhalten funktionieren und welche die nicht funktionieren wenn man halt auch da hinter dem mal schaut wann funktioniert sie war nicht dann sieht man halt dass es doch oft das ist halt einen markanten punkt hat braucht wo es nach einer kerze entsteht weil wenn sie halt irgendwo und nirgendwo entsteht funktioniert die kerze eher selten näher und ja von dort aus bin ich dann gab es eine zeit lang relativ gute trends in den märkten da habe ich ganz einfach nach kleinen durchschnitten gehandelt das hat auch super funktioniert denn da sind die märkte irgendwie über ein dreiviertel jahr seitwärts gelaufen habe ich gemerkt okay mit meinem trend setups funktioniert alles nicht mehr die märkte kennt ja man kennt ja selber die phasen jetzt allein dieses jahr im sommer wo der markt dann halt so auch teilweise über den ganzen monat zeitwärts läuft ja da ist halt mit dem trend setup halt nicht viel anzufangen und da funktionieren natürlich range setups oder ganz einfach strategien die halt nach einer stochastik überkauft und über verkauft anzeigen aber wenn ihr jetzt so wie gestern in so einem trend der halt steil nach oben geht halt die ganze zeit auf eure stochastik schaut ja und der dauert der steigt 700 oder 800 punkte wo man oder der dax hat 400 oder 500 punkte und jedes mal wenn die stochastik aus dem überkauften bereich rauskommt geht man short rein kommt man damit halt auch nicht weit also wäre es halt oder ist es besser für mich zu sagen ich versuche die marktstruktur zu erkennen den markt halt zu klassifizieren in gewissen marktstrukturen und wenn du darauf dann halt meine setups an das heißt ich habe einen ganzen koffer voll setups hinter jedem dieser hinter jedem dieser setup steht halt ein regelwerk zu sagen also sehe ich das regelwerk ist hier ja das regelwerk besagt hat das ist halt das trend setup das regelwerk ist ein range setup das regelwerk ist ein trend setup aber halt an einer anderen stelle ja wie auch immer ja und dann schaut man und guckt okay wir haben dies oder jene marktstruktur und darauf angepasst wäre es vielleicht besser zu sagen okay das passt hier zusammen das heißt jetzt nicht dass jedes mal wenn ich das richtig sehe ich natürlich damit richtig liege also bei mir ist es auch so dass man natürlich innerhalb eines Trends auch er hat sich auch die 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 struktur von jetzt auf gleichheit ändern kann aber wir haben vorhin gerade habe es gerade geschaut ja plötzlich news gehabt ja und davor ist natürlich kann sich keiner schützen ja außer man ist gerade so wie ich beim mittagessen und hat dann das glück halt nicht am markt zu sein ne und und von daher oder auch pech je nachdem was man handeln wollte und dann ist es halt so dass doch die marktstruktur und das ist halt zu diesem beispiel halt die krux dass ich während ich kurz mal weg gucke und wieder hinschaue kann sich halt die marktstruktur komplett ändern das liegt halt wiederum an gewissen akteuren die halt am markt tätig sind und die dann halt wie zum beispiel bei so news dann aktiv werden und halt auch so ein schadbild eventuell durcheinander würfeln können genau so jetzt habe ich aus versehen hier die präsentation zugemacht war ich zu schnell mit dem klicken um das ganze bild jetzt vom schraubendreher auf dem markt zu bekommen soll halt nur eine plastisches beispiel sein was man sich vielleicht ganz gut vorstellen kann es ist natürlich interessant hat die marktstrukturen zu identifizieren und zu klassifizieren klar jetzt in so einem fertigen bild ist es relativ einfach aber wir werden es ja dann gleich sehen wenn wir dann auch in den markt reingehen wie ich dann zum beispiel so ein bild strukturiere und versuche da drinnen halt bestmöglich mich zu verhalten wie gesagt ich kann es auch immer nur versuchen genauso wie auch in den stürmer halt versucht mit jedem schuss aufs tor ein tor zu machen aber da gibt es halt nun auch mal dass man den ball vielleicht nicht sauber trifft und dann schlussendlich gibt es vielleicht auch noch einen torhüter der das ding auch noch verändert dass das halt ein tor wird ja also kann man halt auch immer nur sein bestmögliches tun in der situation und nicht immer ist es von erfolg gegründet ist aber halt normal das heißt wenn ich jetzt hier einfach sage okay wir haben hier eine sich bildende range struktur dann kann ich halt immer auf die range spekulieren ich kann natürlich aber auch immer sagen ich spekuliere auf das ende der range also die möglichkeiten habe ich ja auch im trading zu sagen die marktstruktur ist bis jetzt x also range und ich gehe davon aus dass wir jetzt von der range in den trend übergehen das wiederum da bedarf schon auch einiges an ja wie soll man sagen an einen screen time die man denn schon hinter sich gebracht hat denn es kann natürlich auch passieren dass eine range eventuell sechs sieben acht stunden geht ja oder drei vier fünf stunden und man jedes mal denkt man okay ich habe jetzt den ausbruch aus der range und der markt bricht halt nicht aus und dann hat man da halt auch massive probleme die schlüssel stellen vor allem wo es halt richtig kritisch wird sind genau diese wo es von der range in den trend übergeht und man hat nicht genau weiß was jetzt passiert ist es nur dass der markt hier vielleicht das ganze kurz hoch nimmt und wieder zurück schiebt oder entwickelt sich halt daraus wirklich ein trend es gibt unzählige möglichkeiten wie so ein bild gebilder auch aufgelöst werden kann so eine range da dass das entscheiden am ende auch nicht wiederum wir sondern die akteure die die den markt machen und ja wenn man aber die struktur dann erkennt oder für sich dann festgestellt hat okay das könnte hier vielleicht was werden mit einem ausspruch man hat halt einen regelwert also sehe ich die fünf minuten kerze schließt schließt außerhalb der range ich gehe davon aus dass kurz ein breakout stattfindet dann kann man das ja handeln und kann hier versuchen dann nur sich da mit zu handeln im trend zu handeln vielleicht wieder eine range zu handeln oder hier sagen okay das hier für mich ist da oben ein widerstand wenn der markt das hier nach unten hin auflöst könnte es auch ein doppeltoppt werden die chance will ich mir nehmen und dann versuche ich einen short dadurch wenn der markt nicht durchgeht wieder hoch kommt er hat dann muss ich jetzt in der range mich bestmöglich verhalten oder ich weiß jetzt kommen irgendwann news und dann handelt man hier entsprechend halt die news also also das wäre halt oder das ist das ziel wie sieht das ganze von der theorie auch in der praxis aus habe ich euch auch mal ein paar beispiele mitgebracht wie das ganze in der praxis halt aussehen kann und hier seht ihr zwei praxisbeispiele und zwar sieht man jetzt hier dass ich von einer unterstützung aus einem long trade gemacht habe der nicht wirklich lief man sieht es davor immer so abwechselnd diese kerzen die ich da markiert habe also der markt lief hier wieder dann zurück war sogar noch mal ein kurzer short trade dabei der gedreht wurde in den long also am ende nur ein punkt schlussendlich über übrig geblieben als der markt dann runter gegangen ist habe ich dann hier auf dieses bruch dieses grauen preis bereichs gesetzt und zum beispiel und jetzt hier nach unten halt einen short gehandelt man sieht jetzt hier bei dem short dass wir dass ich hier einen teilverkauf gemacht habe und hier unten habe ich schon darauf gesetzt dass der markt halt durchgeht durch den tieferen unterstützungsbereich hat der markt am ende nicht gemacht im rücklauf bin ich dann hier raus aus der restlichen short position und danach habe ich dann ganz klassisch die range long gehandelt wieder zu dem ersten bereich halt hin ja und dann lief der markt hat sauber durch und ich konnte halt bis an den open widerstand dann den long halt mitnehmen 61 punkte also das wäre halt jetzt im kontext ja hier zum beispiel so etwas fieses wenn man jetzt sagt okay man hätte hier kein long entry sondern das als short entry also kein long exit sondern als short entry dann sieht man hier diese fiese variante dass der markt hat erstmal noch das hoch hier noch mal raus genommen hat und dann noch mal runter gekommen ist und dann wurde hier sogar noch ein trend raus oder wenn man sich jetzt ganz klassisch einfach eine range hier einzeichnen kann mit unterstützungswiderstands bereich hier sieht man auch einen einfacher long trade 11 punkte jetzt nicht die welt aber ja also im unteren teil im sinne der struktur halt versucht zu entscheiden einen guten trade abzusetzen und wer ist mir hier in dem falle ganz gut gelungen so dann schreibt der manuel da kommt der zimmermann wieder durch ja genau bei mir auch als zimmermann ist es auch so gewesen ja man hat halt je nach werkzeug je nach material halt unterschiedliche nägel gehabt zum beispiel je nachdem was man für eine verbindung hat zusammen zimmern will braucht man halt unterschiedliche nägel nagelplatten damit das zeug auch hält gehört halt dazu ist ja auch im beruf ja auch so einer situativ oder bei vielen oder klar wenn ich immer jetzt noch die gleiche arbeit habe aber es ist ja doch so es gibt immer unterschiedliche situationen aber trotzdem vielleicht auch wiederkehrende situationen ich finde keine ahnung gibt es tausende beispiele ja und und deswegen dieses versuchen situative zu entscheiden aus der ist situation heraus führt auch mehr und mehr dazu dass man hier vielleicht her geht und mehr und mehr versucht wirklich das zu handeln was man sieht und nicht das was man denkt vor allem kriegt man dann probleme wenn man sowas wie gestern sieht wo der markt den ganzen tag einfach in einem massiven trend ist und wenn man da halt immer sein wunsch gerne handelt eventuell und sagt mensch der markt ist jetzt 400 punkte gestiegen jetzt wird es mal zeit für runter ja und ich habe jetzt in dirk sein webinar gestern nicht gesehen aber zumindestens habe ich gelesen dass sein timing gestern nicht gut war ich weiß jetzt nicht oder oder dass er ich würde mal jetzt vermuten ohne das webinar gesehen zu haben aber ich werde es mir nochmal anschauen ja dass er wahrscheinlich short gewesen ist ich weiß es jetzt nicht genau aber würde ich jetzt mal einfach im kontext vermuten bei ihm und dass der markt halt dann stetig steigt und er dann vielleicht das bild dann nochmal umgedreht hat aber ich weiß es nicht aber nelson du weißt es ja du warst dabei wahrscheinlich oder ich war gestern ausnahmsweise auch mal nicht dabei ein kollege von mede florian ja gut gut dann wollen wir darüber dann kann ich darüber auch nicht berichten weil aber wie gesagt am ende ist es halt schon so dass man dass man oft das handelt gerne auch was als vielleicht auch als nächstes man erwartet ja also natürlich erwartet man in einem trend halt als nächstes dass der trend halt anhält oder rücksetzer macht und es kann halt auch sein dass der markt halt ewig läuft auf der anderen seite muss man aber auch ganz klar sagen dass die wenigsten tage im jahr genauso eine starken trend tage sind und deswegen ist durchaus auch genauso legitim ist zu sagen der markt hat halt eine gewisse punktspanne erreicht und dass der markt ab jetzt mal wieder ein rücksetzer macht ist wahrscheinlicher als dass er nochmal 100 punkte weiter steigen kann ja okay also wie gesagt der sport macht ja also am ende und das ist ja eigentlich das gute am ende ist ja so selbst wenn man short handelt kommt es ja trotzdem darauf an wie geht man mit der situation um und beim dirk ist natürlich ganz klar der ist halt flexibel genug der dreht das ding halt auch um und der findet auch einen klaren kopf und der der dreht seine am ende ist es so sage ich auch ab und zu man muss am ende auch manchmal die meinung so drehen wie die fahnen im wind das heißt wenn der markt mir offensichtlich zeigt dass das dass der ansatz den ich gerade habe jetzt jetzt just in dem moment nicht funktioniert und der markt hat einfach noch höhere widerstände anhandeln möchte dann kann ich ja überlegen ob der markt dann wenn er einen widerstand gebrochen hat zum nächsten höheren widerstand geht und ab da versuche ich es halt wieder ja also bei mir war es gestern halt auch so ich habe bei einem anderen broker gestern ein webinar gehabt da habe ich auch in einer situation und short straight genommen weil ich rein technisch das setup dazu hatte ist nicht aufgegangen waren ausdauer ziel war halt weiter oben weiter oben hat man hätte man auch überlegen können was waren dass der 35.808 waren das bei mir beim der hat glaube ich auch eine ähnliche nummer gehabt da kann man auch sagen das ist natürlich für mich den widerstand aber ich wollte das nicht schort handeln aus dem einfachen grund weil die korrekturen bis dahin so gering waren und ich weiß dass der markt halt auch vielleicht nur ganz geringe korrekturen dann machen kann ja also das ist ja nicht schlimm am ende ist es halt wichtig zu schauen dass man halt sich situativ versucht richtig zu verhalten das gelingt uns mal mehr mal weniger wir sind alle befangen und vor allem ja auch bei gestern bei so 480 punkten sage ich immer liegt es halt auch an der beschränktheit eines traders sich vorstellen zu können was der markt auch leisten kann ja dass der markt mit dem gap ab eröffnet und von dort aus dann direkt weiter zieht ja gut um diese beispiele also wo kommen diese beispiele und wo kommt dieses thema das der marktstruktur oder dass das lesen der akteure und das verstehen auch der akteure wie so eine order halt ausgespielt wird das alles ist bestandteil und meines skype trading grundkurses was jetzt genau dieses weihnachtsspecial halt wäre normalerweise kostet der kurs 999 euro und jetzt zu weihnachten habe ich mit fx flat hier mehrere optionen einfach für euch zurecht gelegt und wer schon immer vielleicht auch mal mit dem kurs geliebäugelt hat der findet auch alle informationen auf der seite zeige ich euch gleich den link unter einkommstrading.de hier nur noch mal grob zusammengefasst also es sind 26 über 26 stunden an an skype trading ausbildung die so aufgebaut sind vom akteur über die struktur über die setups über das management über das mindset über das auswerten und wenn dann noch fragen sind habt ihr die möglichkeit halt auch in die skype gruppe zu kommen und da fragen zu stellen und mit mir direkt halt in kontakt zu treten also option eins wäre für leute die sagen gut 999 euro keine ahnung ist mir viel zu teuer dann gibt es einen starter kurs der starter kurs da ist es so der kostet normalerweise 179 euro das sind einfach paar session aus dem grundkurs herausgegliedert und da haben wir einen 50 prozentigen nachlass habe ich da eingerichtet das ganze jetzt habe ich hier das datum vergessen das ganze läuft bis zur nächsten woche montag dienstag könnt ihr das alles in ruhe durchlesen aber die meisten warten halt auf ein angebot also ich habe mittlerweile schon leute auch die beim black friday aktion geschrieben heiko machst du black friday aktion so also viele erwarten auch da drauf und deswegen das wäre der einstieg sollte euch dass der inhalt den ihr dort geliefert bekommt euch gefallen und sagen hey das ist genau das davon will ich mehr dann würden die 89 euro verrechnet wenn ihr dann zum beispiel dann den kurs später bucht oder vielleicht sogar noch innerhalb der zeit auf den grundkurs upgradet da hätten wir hier mit dem code premium x21 den kurs mit 30 prozent nachlass für 699 euro und die dritte option ist ausschließlich hier fürs webinar und wenn ihr da ein konto bei fx flat eröffnet dann bekommt ihr von fx flat einen code und dazu dann ein die möglichkeit ihr müsst ihn nicht nutzen aber wir können sie nutzen dann mit dem code von fx flat könnt ihr denen den kurs für 599 euro buchen ja genau geht halt leider oder leider geht halt nur für dings für neukunden kunden und für alle anderen wäre es dann 699 euro ansonsten wenn man schon bei fx flat ist ja dann müsste man halt muss ich vielleicht noch mal mit fx flat reden müssen wir vielleicht in uns noch mal gehen dass man sagt ja für die die schon ein konto haben können auch daran partizipieren da einfach fx flat anschreiben bei 699 das ist der grundkurs also das ist der grundkurs genau die ganzen infos findet ihr auf der seite einkommenstrading.de da sind noch mal alle inhalte aufgelistet da könnt ihr euch durchlesen und dann überlegen wie gesagt ob das halt für ein was ist und wenn ihr dazu auch noch fragen habt weil viele fragen mich auch vorher dann je nachdem entweder antworte ich drauf und gesagt kommt mit meine telefonnummer her und dann kann man hier auch noch mal eine runde telefonieren ja und kann dann davon auch oder kann dann darüber dann vielleicht das problem noch mal lösen als beispiel hier ist auch noch mal das auch noch mal so 26 minuten sind ja auch noch mal wie es im webinar hat aussieht oder dieser mitschnitt auch noch mit dabei und wie sagt alle inhalte findet ihr hier noch mal detailliert aufgelistet die in dem grundkurs vorkommen ja genau gut genau dann gibt es die skype gruppe und in der skype gruppe wird fleißig geschrieben rund um den grundkurs und darüber hinaus über stradding über ein über die über alles sozusagen also mittlerweile dadurch dass man auch eine gewisse masse haben an leuten die mittlerweile den grundkurs gebucht haben ist da echt eine ganz gute kommunikation trainer also finde ich echt super so dann dann ja wie gesagt ach so wollte gerade jemand noch mal nach dem starter kurs auch gefragt hat also wenn man also wenn euch der inhalt sagt okay das ist genau das was ich was mich interessiert und so weiter und das passt alles dann kann man ja auch die trading kurse gehen und hier seht das aus dem mit modul 1 bis 4 sind neuen lektionen ausgeschnitten und ja das wäre jetzt wenn ihr das jetzt bucht und jetzt müsste man dann dann seht ihr das ist das ja ausgewählt und wenn man jetzt hier wahrscheinlich jetzt ich habe ich habe ich habe es geprüft starter hashtag es mir ist 21 dann 89 euro genau aber ihr dürft den code auch gerne entfernen die quatsch genau dann kann man das nutzen ja und am ende ist schon so wenn ihr dazu fragen habt dann einfach eine mail an die info at skype-trading.de oder über meine homepage einfach auf kontakt gehen oder mir eine mail schreiben genau also wie gesagt im starter paket sind einfach nur paar lektionen um einfach zu zeigen wie also interessante lektionen haben wir herausgenommen aber halt ist halt nur ein teil einfach halt start der start sozusagen und wer sagt okay ich habe mir den start angeguckt das ist es auf alle fälle für mich nichts ja dann hat man natürlich auch sich vor größeren schaden bewahrt weil man halt den anderen die anderen das geld dann ausgegeben hat gut das soweit zu dem kurs also wie gesagt wenn fragen sind einfach mail schreiben und wir gucken mal vielleicht ob vielleicht sogar was heute aus diesem grundkurs eventuell sogar mit im setup dabei ist oder nicht wir werden sehen ich habe noch eine ganze latte mehr an setups und ich habe ja auch hier bereits ja schon viele unterschiedliche setups auch vorgestellt die auch gar nicht bestandteil von dem grundkurs sind ja also als beispiel hatten wir in einem der letzten webinare ja auch gehabt das thema die impulskerze ja daraus kann man sich ja auch ein setup basteln ja wenn man jetzt sieht dass mit diesen impulskerzen da hat man ja auch einiges gehabt und das habe ich ja auch hier alles erklärt gibt ja alles schon auch als fertiges video bei auf der seite von fxflat also wie gesagt alles ausbildungsinhalte hier genau so gut dann ja an der stelle dann noch mensch warum macht ihr euch immer so gut wenn ihr aus dem also ich mache mich wegen ausdoppen überhaupt nicht verrückt also ausgesoppt werden ist für mich vollkommen okay es geht ja nur darum dass viele trader oder eine große große anzahl von tradern halt nach dem ausdoppen halt anfangen emotional zu werden dieses sogenannte revanche trading zu betreiben den verlust unbedingt wieder wieder reinholen zu wollen und und dann halt vielleicht auch einfach setups halt handeln oder eine gedankenwelt haben die zum markt nicht passend ist und das meine ich darum geht es das eventuell zu vermeiden oder zumindestens eventuell besser zu machen besser zu werden indem führt dazu dass man halt einfach auch weniger viel entscheidung trifft wenn man sich im rahmen der marktstrukturen hier bewegt so jetzt haben wir gerade die erste die erste minute der us open eröffnung der us märkte wie ich gehe mal kurz in die analyse rein wie ich den markt gerade so sehr der grundkurs weil gerade noch mal die frage war wie lange der geht also der kurs sind nur ist es nur ein webinar mit schnitt wenn man in dem kurs drin ist da gibt es dann inhalts verzeichnet das ist aber auch alles auf der seite beschrieben der der kurs ist hat keine zeitliche begrenzung mehr ich empfehle es immer eine session zu gucken ein zwei tage pause zu machen so war der kurs damals gestrickt und vom lerninhalt hat der kurs also von von der lern dichte die auch vermittelt wird denke ich mal ist man ein halbes jahr mit dem kurs beschäftigt also bis man nicht nur alles einmal gehört hatte sie empfehlen cross mindestens dreimal zu machen bis man aber das alles mitgeschrieben hat und wirklich auch verinnerlicht hat also dafür geht schon massiv an zeit und manche leute nach dem jahr schreiben die mir dann endlich verstehe ich das was du dort in dem kurs sagst und verstehe wirklich was es bedeutet genau so dann so dann war noch mal der olaf heiko wie heißt der indikator der die punkte anzeigt was für punkte also die punkte in diesen das ist über das war hier in dem in dem dinge die punkte anzeige war über den stelle trader ja das waren die trades über den stelle trader genau gut wir kommen zur analyse wir sehen hier oben rechts schon also erstmal oben rechts der stunden chart wir sehen dass der markt oben im widerstandsbereich ist der nasdaq wir hatten eigentlich positive news die news werden trotzdem abverkauft passend aber bestätigen damit aktuell den widerstand hier auf der oberseite im nasdaq ja also man kann auch auf den tagesschart noch mal kurz gehen wir gehen mal hier als erstes auf den tagesschart sieht man es vielleicht immer jetzt ist die das bild zu breit so also hier haben wir jetzt den tagesschart wir sehen das war der gestrige lange anstieg bis da hoch jetzt über dem tages hoch von gestern wird hier rein verkauft dann kann man hier hergehen weiß gar nicht ob das im passiv modus gibt sich mal hier fibos linie anlegen zu lassen und um zu gucken wie weit kann denn der markt das ganze hier korrigieren ja die frage wird halt sein für mich halt das ist jetzt natürlich nur auf den jetzt für heute nicht ganz so wichtig aber im großen und ganzen für mich die frage geht es von hier oben aus genauso wie hier davor schon noch mal so runter ja oder nein oder ist es so wie vorher auch da ist es von hier aus runter gelaufen und dann später dann doch wieder hoch also oder geht der markt dann doch wieder hier hoch und dieser widerstand ist ja relativ klar und offensichtlich wenn man sich hier paar tages hochs mal rein zieht dann kommt man relativ gut ja auf diesen widerstandsbereich so von diesem widerstandsbereich wie es auch sein sollte typischerweise laufen erst mal nach unten weg die frage wird jetzt zu werden wie weit laufen wir von dort weg so wenn wir jetzt hier von der von dieser zeiteinheit auch dann oder wir wir uns hier noch mal die stunde hat her was noch ein bisschen größer da gehen wir mal runter in die stunde so und wenn wir uns jetzt hier die stunde hernehmen tja werbung muss sein werbung muss sein gibt es auch im fernsehen genug so dann dann gehen wir hier runter in die stunde und wie gesagt jetzt immer hier dabei haben noch nicht mal 23 prozent korrigiert und laufen jetzt hier in diese lunde rein die habe ich etwas tiefer auch markiert noch mal als unterstützungsbereich also für mich wird es interessant werden auf ebene der stunde auch wenn wir den bereich hier verteidigen können werde schon sehr gut weil es wäre das höchste level der dax hat es ja heute schon eine ecke tiefer geschafft der dax ist ja sogar gefallen bis in den bereich richtung 16 uhr von gestern also hier in diesen vorbürstlichen range bereich rein was bei den amis dieser bereich hier war hat es dieser hier bis dahin sind wir noch nicht noch nicht gekommen also bis jetzt der nächste hält sich hier ganz gut also vom widerstandsbereich weg in dem ersten unterstützungsbereich gelandet und von dort aus auch weg so jetzt jetzt ist nun die frage oder rein von der struktur her wird es nun für mich interessant werden wie jetzt die stunde dann auch dann endet also wird er diese seitwärts range oder kann man hier von oben aus in den darunter liegenden zeiteinheiten diesen abwärtstrend handeln mit der idee durch den unterstützungsbereich durch dann in den extieferen zu sagen gut wir erreichen hier vielleicht auch noch mal 38 prozent korrektur der gestrigen aufwärtsbewegung wäre auch legitim genau also das für mich jetzt das ganze worauf ich jetzt haue wenn ich hier den long hier unten suche dann brauche ich in einer tieferen zeiteinheit dann halt im fünf minuten ein minuten schatten entsprechendes setup um das dann halt umsetzen zu können wenn der markt sich weit genug nach oben nach oben bewegt dann ist halt auch immer die möglichkeit gegeben zu sagen man handelt dann wieder short in richtung dessen passt er ganz gut vielleicht schon dass man halt manchmal das ist halt das eine setup gegen das andere halt aufwiegt ja ich hole mal kurz ein bild her von heute aus dem grundkurs von mir hier sieht man das also wir sehen auf der linken seite seht ihr den ein minuten schaden der ein minuten schad zeigt noch einen abwärtstrend und auf der rechten seite seht ihr den fünf minuten schad und ja bis jetzt hat der markt da nicht unter der 55 geschlossen gehabt und aber wir sehen aber auch hier dass der widerstand hier nicht wirklich bis jetzt rausgenommen wurde also so also wir haben halten abwärtstrend offensichtlich ich teichne den normalen hier offensichtlich diesen abwärtstrend und ich habe sozusagen gegen diese abwärtstrenden long mit der idee dass dass wir dass wir hier die range auf fünf minuten basis halt halten und eventuell höher gehen aber auch objektiv zu sehen okay hier die 15.765 die überwindet der markt bis jetzt noch nicht was ist denn passiert also ich habe den long geschlossen der markt ist halt einmal kurz rüber und als der markt dann wieder hier zurückgegangen ist der seht eine kerze mit dem doch und da habe ich dann den long trade an der stelle geschlossen und ja später sind wir ja auch dann hier durchgefallen und habe mir dann die tieferen ziele erreicht genau hier da ist der trade genau das seht das hier noch mal also da der long trade an der unterstützung markt bricht das hier kommt zurück und dann raus das ding und dann sieht man okay der abwärtstrend auf eine minute hatte in dem fall da gewonnen und nicht der fünf minuten schad obwohl wir hier auch eine schöne hammer kerze gehabt hatten aber war halt nicht so gut deswegen also hier wäre jetzt zu schauen wie sich der markt hier verhält also jetzt rechts oben der stunden schaden muss das ein bisschen breiter machen und dann hier unten drunter der 15 minuten chart und da seht ihr auch noch mal jetzt die unterstützungsbereich hier ja da gucken wir mal was der markt uns hier unten anbietet und vielleicht mal sehen ob man da einen trade wir kommen heute hier auf grundlage dessen so all right ersten zehn minuten sind rum future handel hier ich werde den mikro nestek future handeln ein punkt bewegung sind zwei dollar die margen dafür liegt ob ich bei 160 dollar also das heißt da kann man auch mit kleinem geld durchaus was bewegen die kosten liegen bei ein dollar oder aber ja bei einem punkt 1,80 euro genau und wir sehen jetzt hier wieder markt hier hin und her zugeht so für die für die bewegung wenn ich der meinung bin dass wir hier unten das halten sollte das tief also im bereich um 16.244 schade wäre natürlich das filmwerk jetzt gewesen wenn der markt hat noch mal zwei punkte drei punkte darunter gegangen wäre weil dem ersten box setup für mich gewesen ja gut jetzt macht ihr den impuls in der ersten minute aber auch hier ist es so im nestek das ding ist gerade so schnell auch da muss man schon auch aufpassen dass das ja auch in der minute hier nicht noch mal die farbe ändert also das kann der markt schon auch leisten gut wäre natürlich schön gewesen ja das box setup wäre hier ganz clever gewesen aber ist es nicht gut meine idee war dazu zu sagen dass dass ich jetzt hier überlege ob hier einen doppelt tief entsteht das heißt ich hätte jetzt hier gerne gesehen dass der markt nur kurz mal ja so hoch anhandelt noch ein bisschen runter kommt und dann nach oben weg geht so dass wir hier dahinter liegen dieses doppelt tief hier haben so aber die ja der anstieg hier das sind jetzt hier schon mal 30 punkte ist natürlich schon also das war die idee vom candle verlauf her wäre der entry möglicherweise er bei 80 sogar wäre sogar möglich gewesen dass man das hier wie es eine art w formation sieht gut aber hier oben jetzt da wird jetzt den trade hier nicht noch mal eingehen das ist mir jetzt zu hoch und machten das ja nicht so genau also wenn er hat man gleich hier unten den trade machen müssen ich habe jetzt nicht genau von naja ok so an den kerzen können wir noch mal auch die uhrzeit mit dran machen oder weiß wie lange die hat hier unten das ist jetzt hier das ist jetzt verbunden hier mit einem anderen tool deswegen ist da halt unten keines der trader drinnen da habe ich hier den den dom hier ja also man sieht jetzt hier die markt tiefe das ist hier vom großen nested future da sieht man die markt tiefe ja man sieht eigentlich nur eins und zwei und ab und zu immer acht kontrakte 20 um mal 10 10 10 da ist ja nicht so viel im buch drinnen und ja ich habe mir einfach nur alles anzeigen lassen dass das es hervorgehoben wird wenn es größer ist als 7 und ansonsten sieht man ja auch hier der spread ist halt auch schon enorm deswegen vor allem so unser markt sollte man hier schon auch limitiert handeln das heißt mit limit bei und limit cell und was das meinten die limit pullback oder dann auch vielleicht auch ausschaltet ja bei der vola ist es auch ganz okay die mit an zu haben aber und so kriegt man dann weiß und durch sticht dann auch wirklich einen richtig guten kurs oder der markt läuft dann wirklich noch ein paar punkte weiter genau ja hier oben ist für mich dann auch der widerstandsbereich solange wir hier diesen diese hochs hier nicht rausnehmen bleibt das ganze auch für mich widerstand also wenn dann er versuchen von hier unten long bis da hoch das wäre die idee ganz links seht dann noch mal den s&p 500 future im fünf minuten chart und da drunter den dauer future also wer sich jetzt wundert und vielleicht hier links auf den dauer guckt und denkt er steht vielleicht ganz woanders als meiner das hier ist der future und der dauer future ist das ganze hier ja genau genau gut so also starker starker konter auf die vorhergehende fünf minuten kerze abwärts und komplett wieder das hoch der fünf minuten kerze sogar rausgenommen also schon starkes reverse vor allem ein paar einzelwerte in der kasse machen hier ganz gute action nach oben also da wird das ganze erst mal gekauft so jetzt dreht man hier ist oder ist man sogar drauf und dran die stunden kerze hier um zu drehen also von schwarz auf weiß um zu bügeln mal gucken ob das gelingt bis zum ende der stunde ist ja noch ein bisschen zeit ja hier auf der unterseite im widerstandsbereich wenn der markt jetzt hier runterkommt wäre sogar ein box set up schwort wäre mit einem stop von 30 punkte 60 dollar risiko 65 dollar risiko das zu händeln wobei also eine lange lunde gefällt mir jetzt auch erst nicht aber bei weiß ob die so bleibt die lunde gut also die kerze hat jetzt nicht so schwach geschlossen also ich warte jetzt folgendes ab ich warte jetzt bis das tief der einen minuten kerze getriggert wird ich werde nicht direkt rein hüpfen und wenn der markt dann nochmal hochkommt und die kerze so schwarz lässt dann wäre es für mich ein entry hoffe ich jetzt nicht dass ich wieder dass ich da zu lange oder das ist zu lange wartet dass der markt jetzt hier direkt durchgeht also bis jetzt box setup aber box hat ab short getriggert mal gucken wie die kerze schließt wenn sie oben schließt dann handel ich den nicht das wäre jetzt sogar schon ein grund dass ich schon wieder raus wäre aus dem trade eventuell wenn das so hoch geht ja die minuten kerzen sind teilweise wie gesagt ändern öfters in der minute die farbe und teilweise sind sie 20 punkte lang 30 punkte so wie hier die erste minute waren 35 punkte ja ich weiß mal gucken wie die minute hier schließt so jetzt will ich nicht dass der markt steigt aber wenn er jetzt steigt dann ist der trade durch dann wird das hier unten die zwei minuten denn die lunde mit hoher wahrscheinlichkeit der fünf minuten kerze nicht so schön mal sehen ob wir den widerstand brechen oder was passiert wenn wir den widerstand anknacken einige werte hier gehen doch relativ konstant nach oben also vor allem auch die apple die halt kurz vorm tages hoch steht die facebook die das gestrige tages hoch hier gebrochen hat da sind wir schon bei einzelwerte die hier auf versuch nach oben zu gehen jetzt noch nicht so deutlich also über die hochs drüber sind aber kurz davor stehen ja mal sehen ob hier gleich der breakout kommt wenn der entscheidet dann wird könnte man hier durchaus auch noch mal vielleicht in diesem bereich und schrott wagen aber ansonsten wenn wir hier wirklich die stunde jetzt auf weiß drehen dann sogar die option dass wir noch bis zur 67 hier hoch gehen ja dass die amys halt auch vom tief aus noch mal die news noch mal halt nach oben weg handeln ja leichte also wir haben leicht kasse trend die frage ist dann immer ob wir es schaffen die widerstand hier rauszunehmen wir sehen dass die rücksätze hier bis jetzt immer geringer sind also könnte man hier unterstellen auch vielleicht das jetzt in den letzten paar sekunden hier man versucht den widerstand zu brechen also ich werde hier trotzdem weiterhin noch als aktuell so ein bisschen auf short schauen wenn der widerstand hier oben angehandelt wird und dann doch wieder verkauft werden sollte ja wir das halt immer noch mal die idee für einen vielleicht für einen schrott schritt also wenn man das jetzt ein bisschen so sieht was ich halt dafür brauche wäre halt dass wir auch so eine minutenkerze dann hier mal unterschreiten dass also das heißt selbst wenn man hier schrott reingeht und der biegt hier kurz bevor an das tief der letzten ein minutenkerze kommt wieder nach oben ab muss man halt sobald der markt wieder ansteigt rausgehen bevor es halt ein dann überrennt auf der der schrott seite so jetzt hier die letzten neun minuten also wenn der der impuls jetzt durchgeht und wir hier eine schöne hammerkerze entstehen wie gesagt dann ist auch da dann brauche ich jetzt den schrott dann nicht mehr anvisieren ja der long wie gesagt vom tief aus der haben wir nicht genommen alles gut so jetzt immer genau in der stelle wo es darum geht range ausgebrochen ja nein ich würde es ja mal ein bisschen zurückversetzen damit das nicht farblich jetzt nicht so überlagert bis jetzt ist es halt schon noch echt stopp hier ja jetzt ja 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 So, mal sehen, wenn wir uns jetzt hier auf den Weg machen, die letzte 5 Minuten Kerze, oder jetzt die 5 Minuten Kerze bis 55 vielleicht auf braun im Hintergrund zu drehen, dann wäre das durchaus eine Möglichkeit. Mal sehen, also wenn es der Ami ganz genau macht, dann geht er hier durch und schließt die Kerze auch tiefer, dann wäre es okay. Und wenn jetzt die Kerze nach oben bis zum Ende der Minute wieder hochgeht, dann wäre es sogar long. So, mal gucken. Was würde ich jetzt hier machen? Breakout, ja, um drei. Vielen Dank. hat auch keine eine frage für dich hat auch keine eine frage für dich ist doch gut alle gespannt hier am gucken also ich bin jetzt hier am überlegen es ist schon fast wieder gelaufen also faszinierend im webinar wie wie sagt der dörg auch mal wie langsam man halt ist die fehlende grundaggressivität die filter hat einfach ja gut also schaut jetzt wieder nicht genommen jetzt das tief also das wäre das ziel jetzt gewesen was ich so gedanklich überlegt habe das tief dieser letzten minute das ging schon sehr schnell also ganz gut war erste minute raus dann zurück dann das tief dieser minute mehr und jetzt die letzten beiden minuten hier ja doch dann hier gleich mal 50 punkte runter hätten das mittagessen verdient aber hätte der pfadkette also sagt kann man immer mal darauf achten wenn halt so eine kerze im im laufenden impuls hier so umdreht also man wirklich unterstellt dass zum ende das hier nur ein versuchter ausbruch waren dass die beiden minuten dieser am ende den doch hier darstellen können da macht schon sinn auch in den letzten ein zwei minuten dann diesen schweiz zu machen so jetzt stehen wir hier genau in der mitte der range da kann ich jetzt kein schweiz eingehen da müsste ich jetzt sagen ja der markt erreicht jetzt auf alle fälle hier das tief wieder dass ich jetzt so unter diesem tief hier entsprechend schrott gehe das problem ist aber was wir halt oft haben dass wir so abwechselnd schwarz weiße kerzen haben mit sich ja nur den fünf minuten chart sich angucken würde ich war es mir hier oben auf das sieht man es dann vielleicht noch ein bisschen besser muss jetzt in dem anderen muss er sonst immer so viel laden ja dass der der nestek halt auch wirklich dauernd abwechselnd diese schwarz weißen kerzen machen kann es kann sein dass die kerze vielleicht das tief hier nur um zwei drei punkte antestet und am ende der fünf minuten kerze schließt die kerze wieder oben bei 16.340 so dann haben wir hier unten gesagt den unterstützungsbereich ja also aus dem widerstandsbereich oben raus und dann doch wieder eingetaucht das einzige was gefehlt hat war der klick so zirka zwischen 31 bis 27 das hat gefehlt schon ganz schön wild wieder wasser habt ihr fragen ja der da mal ballert ja auch hin und her da weiß noch keiner so richtig wo es lang geht was sagt man denn hier findet trading range 100 punkte also lässt sich auf alle fälle unter umständen durchaus was damit anfangen ich bin halt zu zaghaft gerade aber hier in der mitte kann ich auf alle fälle nicht handeln der range so der darauf versucht jetzt auf der unterseite mal also struktur ist jetzt wie sagt nach den news vielleicht auch die märkte immer noch so ein bisschen auf orientierungsphase die einzelwerte kommen jedoch auch ganz gut zurück im trend aber die etliche haben noch ihren trend und andere sind an ihrer unterstützung also dass der markt sich auch wieder die 50 punkte hoch gehen kann durchaus auch möglich vom setting her was hier worauf man jetzt mal gucken kann wir haben es gleich 16 uhr was ja aber interessant ist wenn wir die erste minute dieser 95 minuten kerze nicht weg korrigieren wäre sogar noch mal ein tip auf das tief in richtung 16.250 mit der neuen 5 minuten kerze möglich und ich muss jetzt hier oben mal noch auf die stunde gehen also die stunde nachdem sie halt weiß war schon hammer ausgebildet hatte doch relativ wieder die lunde verkürzt 16.300 ja gut jetzt warten wir mal die close der stunde ja ab also im nestwerk ist es zurzeit so manchmal hat man echt zu kämpfen bei dem hin und her der wohler an anderen tagen wenn man ja die richtigen zwei drei minuten erwischt und da ist so eine 50 punkte kerze oder auch nur 100 punkte kerze eintüten kann kann man relativ fix auch verharmung das ist eine 45 punkte kerze als die und 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 Also für mich hier, worauf ich so ein bisschen gucke, also den Long hier nach oben möchte ich nicht, würde hier eher schauen, ob ich den Short hier nach unten erwische. Wenn der Markt über das Hoch der 5-Minuten-Kerze drüber geht, jetzt die Minute abverkauft, dann oftmals ein gutes Zeichen, weil wir haben ja jetzt sozusagen von oben aus kommend in der Stunde halt Schwäche, auch im 15-Minuten-Shart eher Schwäche und hier haben wir jetzt ja auch schon fallende Kerzen mit einem fallenden Hoch und der Ami macht es gerne oder auch im Nasdaq wird es gerne gemacht, dass man das Hoch einer 5-Minuten-Kerze rausnimmt und dann halt eher fällt. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Okay. 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 So ein bisschen abwartende Haltung hier. Also ich habe jetzt ein Trade drin, wichtig wird jetzt werden, dass wir hier durch die 84 durchgehen, also das heißt, dass wir auch unter da drunter bleiben. Jetzt mal gucken, ob jetzt die Minute, die Minute muss jetzt zwingend da durchgehen und dann hier runter gehen, dann wäre es ganz okay. Be, den da oben können wir löschen. Ja. Schade. Nicht durchgeploppt. Also das Tief hätte rausnehmen müssen, der 5-Minuten-Kerze und dann halt gleich mit Schmackes runter, wäre ein bisschen lieber gewesen. Naja. Jetzt ein Satz mit X. Oder nix. Jetzt gucken wir mal hier unter dem Tief. Wir sehen jetzt ja hier schon auch die 4 Minuten so eine Konsolidierung. Ich mache es ja noch ein bisschen größer. Und jetzt mal sehen, ob wir das Tief hier wirklich kaufen können. Zumindest ist das schon mal gepasst. Also ich mache mal hier rechts den 5-Minuten-Chart an, nochmal oben rechts. Und das ist halt, wie gesagt, das ist nicht immer so, aber viele Abverkäufe, also wenn wir schon zwei 5-Minuten-Kerzen haben, die so runter gehen und der Markt halt so leicht auch in einem Trend vielleicht ist auch selbst innerhalb so einer Abwärtsbewegung. Es ist schon so, dass das halt gerne dann anfängt über dem Hoch dieser 5-Minuten-Kerze dann darüber, also über dem Hoch dann losgeht nach unten. Also man kann sich ja auch mal hier zum Beispiel auch mal so eine... Keine Ahnung, also selbst wenn man sich jetzt hier bei so einem starken Trend das anschaut, ja, wie der Markt halt immer nochmal ein Hoch rausnimmt. Das sehe ich als Beispiel hier. Hier wird so ein Hoch rausgenommen und über dem Hoch dann wird dann halt verkauft. Und da gibt es halt schon viele Beispiele, wo der Markt dann halt immer mal so und auch hier so eine Hoch rausnimmt und dann nochmal wieder zurücksetzt. Das sieht jetzt eigentlich viel aus, sind aber schon viele Punkte, die der Markt dann halt macht. Und wie gesagt, in einem Trend sieht das sicherlich dann noch besser aus. So, mal gucken. Ja, aber man sieht hier schon relativ wildes hin und her. Ja, also wir treten jetzt hier auf der Stelle. Am Ende wartet jetzt alles darauf, dass diese Seitwärtsphase hier irgendwie aufgelöst wird. Und jetzt kommt nun die Frage, wird sie halt klassisch aufgelöst im Sinne, dass wir das Tief rausnehmen? Oder ist es wirklich so, dass der Markt halt irgendeinen Tief anhandelt und dann Vollgas, irgendein Alkohol losgetreten wird, der den Markt dann halt massiv nach oben ruppt. Ja, das wird sicherlich ja die Idee jetzt hier werten. Ja, gut. Heißt jetzt ja auch für mich, kann ich jetzt nicht so viel machen in der Phase hier. Ja, also es ist wirklich so im Nasdaq, ich handle relativ wenig mittlerweile. Aber, also man muss, also wenn es gut läuft und die ersten Trades gut sitzen, dann sind es wirklich nur zwischen drei bis fünf Trades irgendwie. Oder auch mal zehn. Aber dann ist eigentlich dann der Tag schon durch. Ein Tag, wo es richtig viel wird, ist dann halt ein Tag, wo die ersten paar Trades halt nicht sitzen und man erstmal im Hintertreffen ist und dann sich dann so peu a peu nach vorne arbeitet. Denn, wie gesagt, man hat es ja jetzt gesehen, allein wenn ich jetzt hier nicht reagiert hätte, ist jetzt nicht viel bei rumgekommen. Da sind jetzt hier nur sieben Punkte, also 13 Dollar rumgekommen. Dann ist es doch so, man sieht ja auch hier, man wäre jetzt nicht nochmal weiter nach vorne gekommen und wenn dann der Markt dann plötzlich mal so eine 30-Punkte-Kerze aus dem Nichts zaubert, dann hat man halt echt ein Problem im Nasdaq. Also, man muss jetzt nicht zwingend Probleme haben, aber ich weiß nicht, es kann auch sein, so wie vorhin gerade, dass der Markt halt ohne dass er stark zurückkommt, halt 100 Punkte am Stück läuft. Ja, so die neue Kerze hier, ein richtig guter Impuls hier. Mal gucken, ob sie den auch nochmal abverkaufen. Also, hier würde ich das gleiche nochmal machen. Die Kerze hat ja auch mit einem Loch geschlossen. Wir sind wieder da drüber. Und falls wir hier auch dieses hoch erneut abverkaufen, dann wäre es wieder short, also wenn die Kerze hier umdreht. Wenn sie halt hoch geht, dann soll sie dann halt bitte wieder in den Widerstandsbereich gehen, aber jetzt den Long, da werde ich mich nicht reinsetzen in den Long. Wie gesagt, die Idee ist jetzt immer noch, dass das hier immer nur so ein Anfixen ist und der Markt dann halt runter geht und am Ende die ursprünglich, also diese Bewegung hier vielleicht dann wieder aufnimmt. Also innerhalb der Range, dass wir hier seitwärts gelaufen sind und jetzt hier einmal gesehen haben, über dem hoch drüber und dann runter und jetzt hier vielleicht über das hoch und wieder runter. Ja, und dann nochmal versuchen, vielleicht auch hier unten durchzugehen oder bis dahin. Ja, genau das ist halt die Idee jetzt dahinter. Wenn der Markt hier hoch geht, dann muss man halt überlegen, ob man hier oben denn wie davor nochmal den Short dann sucht oder wartet, bis der Markt hier erneut rausgeht und dann eventuell dreht sich ja das Bild auch wieder um. Da habe ich auch keine Ahnung. Aber hier würde ich jetzt schon mal ein bisschen gucken. Aber am Ende ganz klar, wenn ich jetzt so eine Stelle sehe, in so einer Range würde ich erstmal auch nichts machen, würde wahrscheinlich bis halb warten. Und so, jetzt gucken wir mal, ich habe jetzt hier nochmal den Short genommen. So, wichtig ist jetzt, dass die Minute hier tief schließt. Ja, und jetzt kommt es hier drauf an. Jetzt hier bei der 91 biegen wir das von schwarz, äh, von weiß. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Um. Und jetzt ist halt die Frage, kommt er durch nach unten? Na komm. Ja, jetzt habe ich ja nur einen drin. Also, ich kann jetzt nicht, ich mache es jetzt so. Also, da wäre ich ja eh raus am Tief gekommen. Ja, da halte ich die Minute durch. Da muss ich mal kurz hier an Unterfloh reingucken. Ah, jetzt sehe ich auch nichts. Na, was gibt man wieder ab? Na gut, jetzt bin ich raus. Bei zweien ist es halt einfacher. Bei zweien ist es halt einfacher, weil da stelle ich halt einen glatt den anderen Stop-Loss über den 1-Minuten-Chart und warte halt ab. Ja, bei einem ist es halt immer, finde ich immer halt doof, weil, äh, bei einem Kontrakt ist es halt so, ich muss halt entscheiden, ob ich jetzt an Tief rausgehe, weil wenn der jetzt hier hoch saust, dann gebe ich halt alles ab und hab nur 0. Ja, so, bei zweien habe ich dann einen glatt und den anderen 0, das kann ich auch irgendwie verschmerzen. Aber jetzt den Original und den anderen, den zweiten könnte man jetzt halt und dann überlegen, ob man den dann hier mit hier runter nimmt, na, äh, da versucht in die, den 55er-Bereich zu kommen. Ja, na ja. Ja, ich habe jetzt nicht zwei gleich genommen, ja, also ich, ich klicke lieber zweimal als einmal, äh, gleich zwei zu nehmen. Das sind wir jetzt eigentlich immer, ja. 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 So, na ja, war jetzt auch nicht so viel, 30, wir können mal gucken. Äh, na ja, einmal 8, es waren vorne 8 und einmal 38. Also es sind jetzt 43,23 Euro im Gewinn. Ja. Aber es hat zumindestens mal gepasst, dass der Markt hier, also auch eine Sekündchen zu langsam gewesen. Aber es hat, passt zumindestens rein von der Analogie her, dass über dem Hoch, äh, das innerhalb dieser Struktur, also dass ich dann eher diesen, der Schwäche folge. Und die Schwäche, und das ist halt schon, was die Amis halt, äh, ganz gerne machen, in der, innerhalb der Schwäche, immer die Hochs rausnehmen. Das ist, das liegt ihnen so im Blut. Und ich fokussiere mich dann da drauf, funktioniert natürlich auch nicht immer, manchmal ist es halt auch so, dass, dass man dann halt natürlich auf die Schwäche halt wartet und dann bleibt das halt einfach stark. Ja. Ja. So. Also, äh, wenn ich jetzt einen zweiten Print gehabt hätte, dann wäre der auf alle Fälle hier raus. Da. Da wäre der jetzt raus. Also, dann hätte der Trade hier so ausgesehen. Ja. Gut. Also, ich handel auch so, ähm, bis zu zehn, äh, bei der Volatilität hier muss ich trotzdem sagen, ich handel nur zwischen aktuell, weil mir das schon sehr heftig hier ist teilweise, äh, ich handel hier nur zwischen, ja, maximal fünf zur Zeit. Aber es liegt auch daran, dass ich, ähm, ja, auch einfach keine große Wohler mehr in meinem Depot haben will. Oder, das ist halt so der Hauptgrund eigentlich. Ja. Gut. Also, da wäre ich jetzt raus. Jetzt mal sehen, ähm, wir haben hier oben rechts, habe ich jetzt mal den Fünf-Minuten-Chart hier angelassen. Und wir sehen jetzt hier, also gedanklich, ja, gedanklich ist es für mich, bleibt es halt abwärts bis zum Unterstützungsbereich. Wie gesagt, die Struktur ist jetzt nicht ganz so sauber. Hier muss ich schon ziemlich auch einen aus der Trickkiste rauskramen, um da, äh, ja, eine Entry zu finden. Aber, ihr habt es ja gesehen, wenn der Nasdaq, der ist halt oftmals schnell. Und, wie gesagt, hier die, 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 die Fünf-Minuten-Kerzen sind zurzeit hier 40, 50 Punkte lang. Da lässt sich auch immer mal was schnippeln. Auch, äh, auch kleinere Bewegungen lassen sich hier mal schnippeln. Aber das kriege ich im Webinar definitiv hier nicht hin. Ja, das weiß ich einfach, ja. Also, das wieder ein Hinweis auch, ähm, das ist ein Setup, das, also das gibt, also zum Beispiel, das, was ich jetzt erkläre, gibt es in dem Grundkurs nicht. Das ist halt rein einfach nur zu sagen, ich habe eine Struktur, ich habe gewisse Sachen schon hundertmal gesehen und ich weiß, dass halt der, auch der DAO, gut, beim DAO, ich, den DAO handle ich wirklich noch, äh, wirklich selten. Aber dieses, äh, in einem Abwärtstrend, dass man halt immer über das Hoch drüber geht, um dann halt, äh, das abzuverkaufen, in einem Aufwärtstrend halt unter das Tief nochmal der Fünf-Minuten-Kerze guckt und dann halt nach oben geht. Und das ist eigentlich nur das, was ich hier handle, zu sagen, okay, das ist halt die Struktur, die kenne ich und, äh, ja, und das war's. Ne, es war halt eine kurze Haltedauer von dem Trade, also ich bin um 17.07, also 16.07 und 38 rein und um 15, genau, ne, und um 8.25 wieder raus, also eine Minute, ne, nicht mal eine Minute, 38 minus 25, ja, 25 sind 13, so, 47 Sekunden waren's. Ja, geht halt schnell, ne, der Nest Deck. Aber am Ende ganz guter Exit gewesen, also ich wäre sowieso am Tief, also zwei Möglichkeiten, entweder man haut an so einem Tief den Trailing rein, aber bei der Vola, äh, muss ich sagen, ist es so, mich, mich nimmt der Trail fast immer auch raus, ne, hier, guck mal, das ist hier, wir reden hier, ne, das sind hier Sekunden, ne, wie man das jetzt hier sieht, äh, mal einen Ein-Sekunden-Chart hier, ne, mal gucken, ob ich den hier rein, ne, die Wahnsinnigen hat, zehn Sekunden, so, naja, ich krieg das nicht rein hier, äh, zu viel Action hier auf dem Bildschirm, aber hier doch, den hier, so, dann machen wir es hier. Ja, da sieht man das hier, äh, ich meine, äh, in einem Sekunden-Chart halt solche langen Kerzen überhaupt zu haben, das ist schon, äh, das ist schon brutal. Was sind das hier, Sekunden, ich glaube, ja, 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 wo immer eine Sekunde, ne, das sind hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne, zehn Sekunden und das sind dann hier dann gleich mal 20 Punkte oder so, ist schon heftig. Ja, und dann, und dann, dann nudeln die halt auch in einer Sekunde, ja, wir reden hier von einer Sekunde, nicht von einer Minute, von einer Sekunde, manchmal 250, manchmal sieht man hier auch 1000 Kontrakte, ja, oder 500, 800, letztens habe ich wieder in einer Sekunde gesehen und sowas nutze ich dann halt ab und zu, also das läuft halt einfach so nebenher. Ja, und ja, wieder die vorhergehende schwarze Kerze halt komplett wieder neutralisiert, ne, also nicht komplett, aber schon ziemlich stark. Ja, ja, da ist der Ami schon pervers, finde ich. So, mal sehen, erste Minute, ob es eine Impulskerze gibt. Ja, ganz ehrlich, in der Phase hier würde ich jetzt weiter gar keine Trades machen, würde den Markt dort in dieser Range da, äh, sich abfeiern lassen und würde dann an den Kanten halt nochmal gucken, wie gesagt, immer mal noch eine Möglichkeit ist, wenn wir über das Hoch der fünf Minuten Kerze drüber gehen, hier und dann eventuell in den Short nochmal zu nehmen und das wäre jetzt für mich das Einzige, was jetzt für mich ja sinnig wäre. Ja, im 15-Minuten-Chart haben wir eine unentschiedene Kerze, aber trotzdem, wir haben ein tieferes Hoch, ein tieferes Tief, einen Schlusskurs, aber innerhalb der vorhergehenden 15-Minuten-Kerzen, das heißt, wir haben noch leicht Schwäche, aber abnehmende Dynamik, sieht man ja auch im 5-Minuten-Chart, dass es mehr seitwärts ist. Ich schalte mal oben rechts nochmal auf die Stunde und da haben wir immer noch fallende Hochs, aber noch kein neues Tief. Das wäre natürlich das, worauf man denn so hinarbeiten könnte, dass man sagt, Mensch, äh, ich mach's ja nochmal, also falls es kommen würde, ne, weiß ja auch nicht, ob das kommt, aber gedanklich, ich hol euch das nochmal hierher. Ja, gedanklich, also wir haben hier, ihr seht es ja hier, Side-in-News, das sind die Hochs, ja, immer schön tiefere Hochs, so, das ist das, worin ich gedanklich bin, dazu passend tiefere Tiefs, so, und hier sind wir, wir haben ja jetzt hier noch Zeit, noch 43 Minuten, aber ich stelle mir dann halt vor, was ist, wenn das hier, ähm, wenn der Markt von hier aus runterfällt, hätten wir so einen sogenannten Vic-Kiss sogar, also Vic-Blau, Vic-Kiss wäre das sogar, also, und wenn, was hier ja noch fehlen würde in dieser Struktur mit fallenden oder tieferen Tiefs wäre natürlich, dass die Kerze am Ende der Stunde, ich zeichne die mal hier ein, also dann wird das hier alles hier dort und ab hier dann rot, so, wenn so eine Kerze hier kommt, so einer, keine Ahnung, hier sowas, ja, so. Das wäre natürlich hier im Sinne dieser Abwärtsbewegung, ja, warum auch nicht, ne, so, das sind so meine Gedanken, ob wir das wirklich ein Vic-Kiss, äh, warum, also was ist dahinter gemeint, damit ist gemeint, ich verschiebe mal hier diese Linie, das hier, in einem Trend, äh, das hier, das ist natürlich, das wäre natürlich, äh, wo wäre ich hier, aber, da hole ich mal kurz, das mache ich mal, das ist, ähm, wie gesagt, funktioniert nicht immer, ganz klar, aber ist durchaus ein Ediz, wenn jetzt der Markt hier anfängt, jetzt das hier runter zu gehen, also ich handel da oben kein Short, also nicht zwingen, ne, 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 passt hier nicht, aber es gibt halt Situationen, da kann man hier relativ weit oben den Short sogar nehmen, weil es halt in, 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 in den untergeordneten Zeiteinheiten auch noch gut ausschaut, aber, ich mache den jetzt mal richtig breit, nur damit man jetzt so versteht, wie breit kann ich das hier machen, ach, das ist schon das breiteste, okay. Dann machen wir kurz nochmal hier ein bisschen Ausbildung, also, falls das in einem Trend, ist ja auch, das, was ich heute sage, ist ja auch nicht nur, dass es für heute gilt, gilt ja auch für zukünftige Sachen, und wenn ihr natürlich, ähm, 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 die, die Märkte weiter verfolgt, dann werdet ihr sowas auch immer mal wieder sehen, und die Amis, die haben das alles, also, auch so in ihrem Repertoire, so, das heißt, ich, was, was passiert, wenn der Markt genau diesen Punkt hier erreicht, genau den Punkt erreicht, und danach würde die Kerze jetzt bis am Ende, wie gesagt, wir haben jetzt noch viel Zeit, es kann auch sein, dass die Kerze höher steht, aber aktuell ist es davon abgebreitet. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie läuft denn dahinter die Struktur, wenn man jetzt sich überlegt, wie, äh, wie läuft ein Markt das ab? Ja, der Markt in der Stunde ist gefallen, oh, da müssen wir mal eine andere Farbe nehmen, dann nehmen wir rot, so, also, wir haben hier den Eröffnungskurs der Stunde, dann ist der Markt hier ein bisschen gestiegen, dann fällt der Markt hier runter, so, bis an diesen Punkt, das ist ja das Tief der Stunde, und schließt hier, so. Jetzt wissen wir natürlich nicht genau, wie es abgelaufen hat, aber mit der Eröffnung hier ist ja der Markt irgendwann mal innerhalb der vorgehenden Stunde, ähm, angestiegen, fällt dann hier so steil runter, schließt, ja, und jetzt, was könnte jetzt passieren? Der Markt steigt hier an und fällt wieder runter. Was hätten wir, wenn wir einen Abwärtstrend haben, der so ausschaut? Den perfekten Trend, so, wenn, ähm, hier ist die 1, da ist die 2, da ist die 3, hier ist die 2 und da ist die 3, so, wenn Punkt 2 gleich Punkt 3 ist, in einem Abwärtstrend hier, hat man natürlich hier oben, wenn man hier oben die Shorts sucht, den, den Vorteil, weil man hat ein ganz kleines Risiko, wenn es aufgeht und eine ganz große Chance. Und wenn wir unterstellen, dass das das Tief der Stunde hier ist, ja, dann ist das unten dieser WIG, also der, die Lunte, ne, also, ähm, ich glaube WIG, wir überlegen, was das heißt. So, wenn wir sagen, jetzt die neue Stunde geht hier los, in dem Bereich und der Markt, ähm, ist, das ist der höchste Punkt der Stunde und dann fällt der Markt runter, dann ist das halt genau das hier, ne, so. So sieht das dahinter aus. Und deswegen auf sowas immer mal ab und zu mal achten, wie gesagt, die darunter liegende Struktur ist jetzt nicht so schön, gibt's andere und bessere Trendstrukturen, wo das funktioniert, aber auf sowas kann man mal achten, wenn sowas auf gleicher Linie ist und dann sieht man zumindestens, dass hier der Docht wieder entsteht, dann kann das funktionieren. Aber klar ist hier, ähm, bei einer Dreiviertelstunde ist das halt, ja, noch viel Zeit, so. Ja, aber manchmal ist es genau so, der Beginn, äh, vor allem, wenn sowas so Richtung Ende der Stunde passiert und man merkt, okay, das war nur die Erholung und dann geht's davon weg. Was halt da drunter hier nicht passt, ist einfach diese Seitwärtsphase, die sieht halt dazu passend nicht gut aus, ja, da, das ist zu wenig Trend halt, ja. Okay. All right. Ja. Diesmal Impulskerze in der ersten 5-Minuten-Kerze, aber, ja, in der Range handel ich das nicht davor, die hat nicht funktioniert. Oh, hier, wir nehmen noch mal das hoch raus. Das hoch der letzten, so, die muss jetzt sich hier tief schließen, dann. Die nächste, dann wird's noch was. Och, ey, der Dauer, ne? Der Dirk, wenn der Dirk den Dauer heute handelt, der kriegt doch hier schon wieder die Krise, oder? Ja. Oder der handelt hier, der skypt 35 Punkte, geballert hin und her. Geniales Webby, Heiko. Danke. Ja. Ja, Thema Ausdauern war gerade noch der Hinweis, du gehst damit super professionell um, muss man ja auch. Also, ganz ehrlich, also, ganz ehrlich, mir gefällt kein Ausdauern. Ähm, ich hab jetzt hier natürlich zwei Treffer, es wären heute vielleicht sogar vier schöne Treffer gewesen, dann hätten wir sogar eine Trefferquote von 100% gehabt, aber prinzipiell gibt's auch Tage, wo ich wirklich die ersten 4, 5 Trades komplett daneben liege, und dann geht das Geacker los. Ich schaff's zwar, viele Tage ins Plus noch umzudrehen, aber das ist dann halt schon immer sehr anstrengend. Aber am Ende ist halt auch so, auch ich treff nicht immer, manchmal bin ich zu aggressiv. Ja, ähm, zum Beispiel kann's sein, wenn ich jetzt in keiner guten Phase bin, zum Beispiel, was wäre ein ganz typischer Fehler von mir? Und der hat dann halt auch immer Geld kostet, muss mich dann aber auch ausdauern lassen. Zum Beispiel gibt's halt Phasen, wo ich halt sehr aggressiv hier unten im Unterstützungsbereich Short gehe, wo ich davon ausgehe, dass der verdammte Markt das jetzt nun mal zu brechen hat, auf der Unterseite, warum auch immer, ja, weil ich auch manchmal unter Wahnvorstellungen leide, und dann denke, okay, ich sehe, das sieht aus, dass der Markt das halt bricht, und dann shorte ich da halt rein, und im Nasdaq, da gibt's, das sieht man ganz oft, die haben ganz oft diese Market-If-Touch-Orders. Das heißt, der Markt erreicht das, und sofort, der Markt handelt das für eine Millisekunde an, und zack, sofort geht's hoch. Man kommt an diesem Tief auch nicht mehr raus, und dann, ja, da muss ich mich auf dem Weg nach oben halt auch ausdoppen lassen, weil ich kann hier keine 100 Punkte gegen mich aussitzen. Also, das mache ich im Nasdaq nicht. Ich glaube, das habe ich zweimal gemacht in meinem Leben, und das war einfach so teuer, auf was aussitzen zu wollen. Also, da ist einfach auch der Hebel zu hoch. Also, ich will und kann's nicht, ja. Und außerdem, wenn der Markt hier 100 Punkte steigt, dann denke ich auch schon gar nicht mehr daran, dass der irgendwann in einem halben Tag später 100 Punkte tiefer steht. Da fehlt mir einfach auch immer die Vorstellungskraft. Ja, und deswegen muss ich mich halt ausdoppen lassen. Das ist halt ein Teil des Businesses. Es hört sich jetzt zwar einfach an, aber auch bei mir nagt es ab und zu schon ziemlich am Nervenkostüm. Das könnt ihr mir glauben. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich jetzt hier so wenig gehandelt habe, weil ich natürlich auch immer weiß, man steht hier, es gucken hier hunderte von Leuten zu, ja, und man steht halt so voll unter dem Brennglas, und ich weiß, ihr seid nicht gehässig, aber jeder Fehler wird ja hier dann auch so, ja, also ein Fehler ist ja, also natürlich weiß ich, dass das ja auch nur eine Stunde Webinar halt ist, ja, und das halt nur ein ganz kleiner Teil meines Trading-Repertoires zeigen kann und mehr oder weniger auch nur eine Idee sein soll, was der Markt so machen kann oder wie man den, wie ich den Markt sehe und vielleicht gefällt einem das ja, wie ich den Markt sehe. Aber man möchte natürlich schon auch gerne trotzdem die Gewinnerheit haben und deswegen vielleicht auch das der Grund, warum ich dann auch hier unten dann auch sehr zögerlich war. Ja, also ich, klar kann ich jetzt sagen, ich hätte den Long genommen, aber ich kenne ja, also ich meine, ich weiß ja, wie ich selber reagiere und agiere. Also hier oben der Short Trade wäre auch, der wäre schon noch mehr meins gewesen, hier oben der Long hier bin ich mir nicht 100% sicher, da kommt es wirklich auf die Situation drauf an, wie ich gerade ticke, dass ich den dann hier nehme in der ersten Minute. Genommen hätte ich ihn auf alle Fälle mit meinem Box-Setup. Also das wäre natürlich schon das Ding gewesen, wenn die Minute von hier unten aus dann so hoch kommt und die dreht dann auf weiß rum, da wird hier reingeklickt. Also das nehme ich dann. Und manchmal habe ich da auch einen sehr nervösen Zeigefinger und klicke dann halt zwei, drei, vier Mal und bin dann nach zehn Sekunden wieder raus und habe dann hier die ersten Dinger drin und einen lasse ich laufen und gucke, was kommt und wenn nichts kommt, ist auch gut. Also da kenne ich mich. So, hier Box-Setup. Ah, na ja, das wäre hier ein Box-Setup, wenn der Markt da drunter schließt. Aber ihr seht, diese vielen Dortmund und Lundern, das gefällt mir nicht so richtig. Also rein technisch gesehen, wir haben ein Box-Setup. Wir sind ja fast oben an der Range. Ich habe nicht so eine richtige Lust, das zu handeln. Ich will jetzt Mittagessen mit nach Hause nehmen, mein einziger Gewinn heute. Meine drei, also im Nasdaq. Meine 43 Euro. Ein leckeres Mittagessen. Ein kleines Mittagessen. Das heißt, wie bei Doc, Steak mit Blattgold, dafür war ich sicher. Hat heute einer in der Gruppe geschrieben. Ich habe hier parallel den S&P auf. Da waren unglaubliche tausend Kontrakte gerade auf der 4690 die ganze Zeit. Also Wahnsinn. Ah ja, okay. Ich habe jetzt den S&P. Warte. Wir können das ja mal hier schnell machen. S&P 500. Ja, das ist natürlich dann so eine Order. So, und dann gucken wir uns ja mal. Jetzt ist er schon raus aus dem Buch, wa? Ja, ja, jetzt ist raus, ja. Aber der hat es lange gehalten. Warum macht er jetzt das nicht? Das ist ja das Schöne hier, Chart. Jetzt weiß ich gar nicht, was ist der jetzt? Bis jetzt bin ich ganz froh, dass ich hier den, bis jetzt bin ich ja ganz froh, dass ich den, mein Boxsetup hier nicht gehandelt habe. Also jetzt auch der Ein-Minuten-Chart ist mir zu viel gedochter hier. Ja, aber das Orderbuch auch vom Nasdaq und alles ist schon echt abnormal hässlich. Das Ganze muss ich mich ein bisschen breiter lassen, sonst rutscht das immer so rüber. Aber natürlich, das wäre halt auch eine Idee gewesen, so was jetzt mal zu handeln, so ein Level 2 Order Flow Trade. Mal gucken, mal sehen, ob wir die Order nochmal sehen, wenn der Markt dann wieder hochkommt. Ja, das ist nochmal ganz interessant. Also wie gesagt, so 1000 Kontrakte offensichtlich sieht man ja eher seltener. Ja, heute hat man mehr so die Eisberg-Orders, zum Beispiel im Nasdaq ist fast alles Eisberg. Wie kommt man zu so einer Aussage? Vielleicht sehen wir das mal hier im Detail. Ich lösche jetzt mal hier das dahinter. Und mal sehen, ob es jetzt hier auch so ist. Obwohl jetzt hier eher nicht so der Fall. Aber jetzt hier in dem Bereich, es gibt hier viele Bereiche, wo, also ich halte mal das Wirt hier kurz an. Zack. So. Hier in dem Fall war es jetzt die ganze Zeit so gewesen, dass hier immer nur 2 und 3 Kontrakte liegen. Ich habe die halt, wie gesagt, jetzt ist für euch jetzt nicht so gut sichtbar. Hier so 2 und 3, aber trotzdem dahinter werden eigentlich immer mehr als 2, 3 gehandelt. So wie hier gerade 10. Und manchmal tauchen einfach 50 Kontrakte auf und man sieht es gar nicht. Und man sieht da, also man sieht das nicht, das ist halt einfach da. Und ihr seht hier auch, was hier für Levels übersprungen werden, wo gar kein Trade stattfindet. Und ja, das ist schon brutal. Ui. Jetzt ärgere ich mich doch über mein Box-Setup. Nee, Quatsch. Alles gut. Aber es wäre durchgelaufen in den letzten 2 Minuten. Ah, voll krass. Also können wir hier nochmal löschen. Wir können hier mal löschen zur Minute, zur vollen Minute hier. Also ich hätte es trotzdem nicht gehandelt. Von daher, alles gut. Alter, holy shit. Ja, und meistens ist so, das Ding ist so schnell, da tauchen nur ein paar Zeilen auf. Wie gesagt, hier kommt man schon, die Software dann schon gar nicht mehr mit. Naja. Geht ab, wa? So, also Box-Setup, rein technisch. Also ich hätte es trotzdem nicht gehandelt. Ich wäre auch nicht ausgestoppt worden, aber es wäre mir trotzdem nichts gewesen. Willst du hier nochmal kurz festhalten? Machen wir hier rechts den 5-Minuten-Chart an. Wie gesagt, auch neben der Technik ist halt auch mal eine Frage der Persönlichkeit. Mir war das hier zu viele Dochte, zu viele Lunden. Keine Entscheidung. Gut, die Entscheidung kam auf der richtigen Seite. Hier sieht man jetzt nochmal das Box-Setup ganz knapp. Hier um einen Tick das hoch rausgenommen. Die erste Minute schließt tiefer und hier wäre der Entry gewesen von dem Short. Den hätte man auch ganz manuell ganz gut klicken können hier. Ja, und dann wäre man halt hier 2-3 Minuten plus minus 0 rumgeeiert. Der Stop hier oben. Ziel, das Tief der 5-Minuten-Kerze hätten wir erreicht. Hätten wahrscheinlich den Stop ein bisschen nachgezogen und dann, keine Ahnung, irgendwo in dem Bereich hier wäre ich dann wahrscheinlich off gewesen. Oder ich halte halt durch, gucke dann auf die Uhrzeit, stelle aber sofort zur 0-0, denn den Trade halt klatt. Also ich warte eigentlich dann nicht, bis die neue 5-Minuten-Kerze anfängt, weil, also hier war es zwar, also Negativbeispiel, mit der neuen 5-Minuten-Kerze geht der Markt hier eine Minute so runter. Negativbeispiel, neue 5-Minuten-Kerze fängt an, geht so hoch. Negativbeispiel, neue 5-Minuten-Kerze fängt an, geht erstmal schön hoch. Neue 5-Minuten-Kerze fängt an, geht hier auch erstmal Vollgas nach oben. Wenn hier die neue auch wieder so hoch geht, warum soll ich da noch eine Minute länger warten? Macht ja gar keinen Sinn. Von daher zum Ende der Kerze raus. Das wäre natürlich perfekt in der zweiten Minute drin. Also 3 Minuten warten für plus 30 Punkte, Stop-Loss zu minus 15, CRV 1 zu 2. Ja, keine Ahnung, oder 25 Punkte. Ja, also 1-1 wäre okay gewesen. Aber ich wollte den Trade nicht machen, weil es mir hier vorher einfach zu viel rumgedocht war. Habe ich nicht gewollt. Ja, naja. So ist es dann. Gut, also für so einen hässlichen Markt, ja, ein, zwei gute Sachen rausgeholt. Ein, zwei verpasst. Wie gesagt, dem Short-Trade traue ich hier nicht hinterher, weil ich hätte ihn eh nicht gemacht. Also wenn ich von mir aus sage, ich mache den Trade nicht, dann ist das für mich auch okay, wenn ich sehe, der ist halt aufgegangen. Und dann weiß ich, okay, rein von der Technik, von der Struktur her, kannst du den Trade machen, wäre aufgegangen. Dann sitzt das zumindest, also positiv bei mir im Kopf. Ja, also das möchte ich jetzt nochmal erwähnen. An der Stelle, bei ganz vielen ist es so, die haben ja eher das Mangel, das sagen, ich traue mich nicht zu drücken. Weil sie sich unsicher sind und, oder vielleicht auch Angst haben, dass sie Verluste machen. Und dann sagen sie sich, hätte ich mal gedrückt, dann wäre das hier mein Gewinn gewesen. Bei mir ist es eher ein bisschen anders, dass, also man hat dann eher das Negative Ereignis, obwohl es ja was Positives ist. Ja, weil im Kopf bleibt jetzt nur eins hängen, ich habe 35 Punkte verpasst, bedeutet 70 Euro oder 60 Euro, die ich nicht verdient habe oder 50 Euro. Und das wird halt als Verlust gleich Strafe gleich, ey, du bist blöd, ja, das kommt alles da drinnen vor, gleichgesetzt. Ich mache es halt immer so, dass ich sage, ich wollte es nicht handeln, okay, ich habe das Signal, ich habe es nicht gehandelt, nicht handeln wollen. Ich sehe, es wäre aufgegangen. Für mich im Kopf bleibt positiv hängen, okay, du hattest eine Range Struktur gehabt, da hat dieses Box Setup eine höhere Wahrscheinlichkeit, du hättest es handeln können. Und du brauchst keine Angst haben und beim nächsten Mal handelst du es, ja, auch wenn es vielleicht für dich nicht optimal ausschaut. So halt, also versuchen alles positiv zu sehen, nicht dem, das, was ich verpasst habe, weil das, das brennt sich ins Gehirn ein, dass man hier was verpasst hat, weil das führt früher oder später zu einer verkehrten Denkweise. Ach, das ist immer so schön, wenn man das von außen jemandem erzählen kann, aber klar, wie gesagt, ich harter damit auch mit mir selbst. Wenn ich alleine vorm Rechner bin, ist es auch so, dass ich natürlich auch dem Problem entgegensehe und dann halt immer überlegen muss. Aber für mich prinzipiell ist es eher so, dass ich hier nicht über den entgangenen Gewinn mich ärgere, sondern einfach sehe, dass meine Situation aufgegangen ist. Also ich erfreue mich darüber, dass ich zwar nicht geklickt habe, aber trotzdem ist das Ding aufgegangen, ja, also das vielleicht nochmal am Ende, das Ding positiv sehen, ja. Gut, schauen wir uns hier jetzt nochmal, ja, wie gesagt, wenn ihr euch hier mal den 5-Minuten-Chart anschaut, denke ich mal, hat man sich, ja, wie gesagt, es ist jetzt kein Monstergewinn, es ist auch kein Verlust. Aber in diesem hässlichen Markt trotzdem Anhaltspunkte zu finden für einen Trade, denke ich, auch schon mal ganz cool. Und auch Trades zu finden, die vielleicht jetzt auch innerhalb einer 5-Minuten-Kerze auch aufgehen, ins Ziel laufen können, ja, und wichtig auch vielleicht auch geduldig zu sein, da drauf zu warten oder zu sagen, ey, das ist eine scheiß Struktur. Ich persönlich kann damit nichts anfangen, also bin ich halt oft bei so einem Markt und warte halt, bis es wieder besser läuft. Ja, das ist halt das, was man dazu sagen kann. Ja, also das ist soweit so zum Trader-Mindset halt auch, ja. So, wir gucken jetzt nochmal an, wie gesagt, jetzt haben wir zur Stunde ja nur noch ein paar und 20 Minuten. Und jetzt sieht das mit diesen, der Wic-Kiss ist jetzt natürlich nicht so schön, weil im besten Falle sollte er genau laufen, aber hier drehen sie jetzt die Kerze auch schon wieder um. Und das kann man jetzt auch überlegen. Also, ich werde es jetzt nicht handeln, aber das kann man durchaus überlegen. So die letzten 10 Minuten, wenn der Markt so eine Tendenz hat, dass er doch nach unten fällt und man wird jetzt überlegen, bedenkt nochmal, was ich im Stundenchart gesagt habe, fallende Tiefs, fallen also tiefere Hochs, tiefere Tiefs. Das heißt, wenn wir jetzt da unterstellen, dass eventuell noch ein tieferes Tief im Stundenchart entstehen könnte, dann kann man natürlich auch gegen Ende der Stunde, wenn die Struktur es hier zulässt, schon auch überlegen, die letzten 10 Minuten, besser 5 Minuten, falls der Markt anfängt zu kippen. Da bin ich dann auch ein Freund und sage, okay, wenn das in den letzten Minuten der Stunde eventuell Thema sein könnte, dann bin ich auch schon ein Freund davon und versuche da auch durchzuhalten. Weil wenn dann die neue Stunde losgeht und nochmal so ein kleiner extra Rutsch kommt, dann ist das auf alle Fälle was. Weil einfach hier alle Zeiteinheiten fertig werden. Also vom Timing her Richtung Ende der Stunde, wenn wir hier unten stehen und vielleicht anfangen, ganz, ganz langen Docht zu haben und anfangen, hier einen Körper auch noch auszubilden mit der Idee, dass wir hier bis zur 52 runterlaufen, dann bin ich da auch ein Freund davon, dass der Markt das halt bricht. Aber wie gesagt, da müssen wir halt dann auch am Ende der Stunde irgendwo hier unten dann rumhandeln. Ansonsten bringt das nichts. Ja, hier haben wir jetzt ganz klassisch das Tief der letzten 5 Minuten, Kerze rausgenommen und steigen jetzt nochmal. Das ist jetzt aber alles für mich jetzt auch so, wo ich sage, das muss ich nicht alles handeln. Man kann vieles davon durchaus nochmal handeln, aber das muss man jetzt nicht handeln. Ich meine, wenn man jetzt hier auf 10 Punkte drauf geht, sind das halt, keine Ahnung, 20 Euro nach Kosten, 18 Euro. Also muss man halt sich überlegen, wo ist mein Risiko und macht es halt, ist es halt sinnig, das zu handeln, ja oder nein und ja. Gut, ja, dann wäre ich eigentlich soweit durch für heute, wie gesagt, die Struktur wird immer hässlicher, je hässlicher es wird, desto mehr muss man ein Bier holen gehen. Wie das eine Lied sagt, geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich, kennt ihr das von Miki Krause? Das singe ich immer bei so einer hässlichen Struktur. Ist das mein Ohrwurm? Kennst du da? Geh mal Bier holen. Habe ich schon mal gehört, ja. Ja. Bei Abriss. Guck mal. Jetzt habe ich wieder dunkle Schattenseiten von mir hier. Erzähl uns mehr, Heiko. Also nicht befürchtet. Nee, jetzt müssen wir aufhören. So, also, wie gesagt, die Struktur ist schon wieder hässlich und ja, da muss man warten. Das bleibt jetzt, ne? Das bleibt. Das bleibt jetzt. Ja, genau. Und ja, von daher abwarten, nichts machen, wichtig sich. Also ich finde es auch wichtig, als Trader hat man ja auch ein gewisses Energielevel, also oder ich sehe dieses Energielevel immer, wie man hat nur eine gewisse Anzahl von Entscheidungen. Die man wirklich gut trifft. Ja, also man, vielleicht wenn der ein oder andere, auch ich, oder ich habe es auch mal gemacht in meiner Jugendzeit, hat irgendwie meinen gesamten Tag durchgehandelt. Und da merkt man halt, es gibt immer eine Phase, wo man halt den Faden verliert. Ja, also ich kann mich an einem Tag erinnern, da habe ich irgendwie 290 Trades durchgeknallt. Und aber alles auch händisch und so. Und da merkt man halt, es gibt halt Phasen, wo man halt ganz gut im Markt halt ist und Phasen, wo man halt nicht so gut ist. Und ich glaube einfach, dass man halt eine gewisse Anzahl von Entscheidungen richtig gut treffen kann. Und wenn man sich jetzt hier in so einer Marktphase komplett verausgabt, also man macht jetzt irgendwie jede Ein-Minuten-Kerze, handelt man, man dreht die Position, denkt, jetzt geht's hoch, jetzt geht's runter, jetzt bricht er aus. Nein, doch, er hält, was mache ich? Und ich selber kenne ja auch andere Trader, die zu mir kommen und Auswertungs-Webinare mit mir machen oder wo ich deren Trades auswerte. Denn es ist hier in so einem Umfeld, ja, wenn ich jetzt hier nur Punkte einzeichnen würde, ja, dann sieht man hier überall nur Trades, hier ein Trade, da ein Trade, da, 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 überall wird gedacht, gemacht. Jetzt kommt gleich was Großes und am Ende steht ein ganz großes Minus hinten dran und man sagt sich, ja, jetzt hast du deine ganze Energie in dieser Phase hier vergeudet und dann, wenn der Markt anfängt, in einer Struktur zu laufen, die eigentlich schön ist, da hat man denn keine, also das heißt, wenn es hier strukturell, was auch immer man für eine Struktur halt braucht, keine Ahnung, was einem gefällt halt, wo die eigene persönliche Stärke liegt, dass man dann einfach gar keine Energie mehr hat, ja, dass man erschöpft ist, dass man sich verausgabt hat und dann die eigentlich die schönen Entscheidungen, die guten und die risikoarmen Entscheidungen oder Trades, die sich da ergeben könnten, dass man die dann nicht mehr wahrnimmt, weil man vorher sich verausgabt hat, ja, ja, genau, genau, ist aber auch echt eine scheiß Struktur, genau. Vielen lieben Dank für das Webinarium, schönen Feierabend, wünsche ich dir auch, Tatjana. Kann man mit dem Staretrider einen Expert Advisor programmieren? Ja, also das kann man ja, also Strategien und so, aber da bin ich überfragt, weil da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Ich bin hauptsächlich Nutzer dessen. Es gibt auch etliche strategische Orte, das schon auch fortdefiniert, die man da nutzen kann, aber das würde jetzt den Rahmen dessen sprengen. Da mal auf der Seite vom Staretrider nachschauen oder auf dem YouTube-Kanal von FX-Flat gibt es ja auch immer ein Helpdesk und so weiter, da kann man sich dann da mal belesen. Gut, ja, dann 8. Dezember, das Jahr ist rum, das Jahr ist rum, also für FX-Flat-Webinare. Von meiner Seite wird ja sicherlich seitens FX-Flat noch ein paar andere Webinare mit anderen Akteuren geben. Ja, ich hoffe, das Webinar hat euch gefallen. Ihr konntet wieder was mitnehmen an Lernstoff und wie gesagt, wenn für euch das Weihnachtsgeschenk was ist, ihr habt Zeit bis nächste Woche, Montag, Dienstag ist es auf alle Fälle offen und ihr sagt, okay, Skype-Trading, A, interessiert mich, B, Struktur, Analyse, Setup, alles ist interessant. Dann, wie gesagt, habt ihr ja die Möglichkeit, das Angebot zu nutzen, wenn nicht, dann nicht. Und ja, ich freue mich natürlich dann auch im neuen Jahr weiterhin mit FX-Flat so schön zusammenarbeiten zu dürfen. Und genau, was gibt es noch zum zu sagen? Ja, bleibt gesund auf alle Fälle und dann wünsche ich euch eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit im Kreise eurer Familie und guten Rutsch. Und ich weiß gar nicht, wann wir das erste Webinar geplant haben, aber der Nelson weiß das, denn ich glaube, wir haben schon das halbe Jahr durchgeplant für nächstes Jahr. Tatsächlich habe ich die Termine jetzt gerade nicht hier, da habe ich auch keinen Zugriff drauf, aber alle, die sich registriert haben für dieses Jahr, die werden natürlich auch informiert für das nächste Jahr rechtzeitig, dann können Sie sich auch für alle Termine dann anmelden. Ganz genau. Ja. Genau, ich mache jetzt auch schön Feierabend und gebe mal ein Bier. Gehe mal ein Bier holen. Prima. Dann, lieber Heiko, möchte ich mich aber auch bei dir bedanken für die Webinar-Reihe dieses Jahr. Hat echt mega Spaß gemacht und ich freue mich riesig, dass wir nächstes Jahr weitermachen. Aber auch ein riesen Dankeschön an alle Teilnehmer, die wirklich auch regelmäßig hier teilgenommen haben und im Chat auch mitgemacht haben. Hat Spaß gemacht und ich glaube, 2022 wird mindestens genauso spannend. Du hast es richtig gesagt. Ich habe noch ein paar Webinare dieses Jahr, aber für alle, die ich jetzt hier nicht lese, demnächst wünsche ich natürlich auch eine schöne Zeit noch, auch mal außerhalb der Börse und bleiben Sie gesund. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie dann nächstes Jahr wieder dabei sind. Ansonsten diese Woche natürlich noch eine erfolgreiche Handelswoche. Passen Sie auf jede Position auf und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao, ciao.